Ich glaube, der tut es auch. Mann, immer diese geparkten Autos mitten auf der Straße. Ich wüsste auch, wo wir hinfahren. Es wäre hier vorne gleich. Aber da unten. Na klar, muss ich wenden. Nee, muss ich nicht eigentlich. Ich glaube, ich kann auch nächste links fahren. Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Bus. Ich habe es geahnt, dass man hier nicht lang kann. Und runterfahren kann ich hier auch nicht. Ich sehe nichts hier. Und um die Kuh. Mann, das ist scheiße, Linken. Na gut, dann fahren wir mal hier rauf. Der hat einen Wendekreis wie ein LKD. Ach, ist ja einer. So, dann suchen wir uns mal eine schöne Stelle hier. Meint mir auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Weißt du, er fährt gegen mein Auto oder gegen mein LKW und stirbt dabei. So, sehr schön. Haben wir doch mal hier eine kleine Sperre gebaut. Natürlich könnte man das Ganze hier noch erweitern. Ist nicht sein Ernst, oder? Der versucht es wirklich. Und der kommt auch noch durch. Haben die da zugelernt? So. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Eins zu kaufen. Warum habe ich denn schon wieder Polizisten hier am Hals? Oh. Ich bin alleine auf dem Server, glaube ich. Ah, wenn es nicht mein schrecklich, silter Freund ist, wie kann ich mir helfen? Ach, guck mal, da drüben staut sich das auch so ein bisschen. Aber jetzt geht es da weiter. Achso, wegen der Polizei. Okay. Hehe. Der ist aber ein bisschen nah an mir drüben. Oh, was ist denn hier los? Alter. Drehen die alle durch hier. Äh, ja. Wehe, die erschießen mich. Ich schlage zurück. Geil. Ja, das mache ich auch viel zu selten, leider. Was ist hier los? Ey, wer hat denn den verrückt? Ähm, ja, wenn ich jetzt einsteige, wäre, glaube ich, nicht so gut. Wenn die Polizei hier neben mir steht. Ich glaube, weil der geklaut ist, kriege ich einen Stern. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen. Nö. Das ist schön. So, das hätten wir mal. Und da habe ich noch ein LKW gesehen. Den schnappe ich mir auch gleich mal. Der Täter wird erstmal fast überfahren Oh, jetzt wurde er überfahren Ach guck mal, hier ist ja gar keiner mehr drin Da kann ja die Polizei nichts sagen, wenn der Fahrer einfach sein Auto stehen lässt Oder sein LKW So Jetzt versucht mal hier durchzukommen, Jungs Ich darf nur nicht vergessen, dass ich noch die Haftbombe da habe An den LKW haue So, ein paar mehr LKW ist mir noch ganz gut Warte mal Das klären wir mal gleich Erstmal raus mit dem So Nummer 1 Was macht er hier? Ach, das machen wir einen kurzen Prozess Was ich erledigt, wa? Aber da ist noch einer drin Alter, was ist denn hier los, ey? Nein, 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 ich stelle mich nicht auf den LKW Obwohl, warum nicht? So Mies Wies Oh Oh, oh Äh, mm, 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 mm. Bitte bitte, schau Nein, nein 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 Oh nein Ach Tschüss Nein Ich wollte gerade die Hoffbomben Na toll Geile Sache Du bist schuld Oh die hat gerade Geld abgeholt Sieht ja Schon so aus als ob wir Geld bräuchten Ähm Ja ja Genau Ich bin gefährlich Geh aufs Weg So das war eigentlich schon Ziemlich lustig Deswegen gehen wir gleich mal wieder Oh guck mal Ein bisschen steht der hier noch Sehr praktisch auf jeden Fall So und jetzt werde ich mal nicht so Um mich ballern So Nummer eins Ah ne 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 Ups Es tut mir echt leid So Komm Ding ding Runde eins Du hast die Frau geschlagen Er ist meine Schelle Ach herrlich Komm Gib mir mal deine Schöne Karre Du musst mal bitte vorlesen Weil ich kann gerade nicht Verbarrikatier den ganzen Weg mit Autos Und versucht Keine Sterne zu bekommen Und scheint ein Das war mein Plan Ja vorhin Hat nicht so ganz geklappt Vor allem weil du wieder Sterne hast Jaja Ein Stern macht ja nichts Den kriege ich los Hier Lester sehr dank Lester sehr dank Also hoffe ich hinfährt Ja Oh hey Du bist in Probleme Hm Okay Ja Ich werde mit dem Öfters mal Ja aber jetzt klappt das auf jeden Fall nicht mehr Oh guck mal Das sieht ja auch interessant aus hier Was sind die da Ah der Taco Ich hab gerne einen Taco Guck mir mal Taco Oh Burritos auch geil Gut ähm Ich stell mich mal hier oben hin Mal gucken Mal ein bisschen über Sag mal Hallo Ne 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 Es war mal leichter ehrlich gesagt Dass man Dass die nicht hier durchkommen So schön verkannten hier Und dann passt das schon Ach guck mal da hinten ist auch ein Bus Was macht der denn da unten Das schreit Und dann passt das noch einmal Ein heures dawn Ready Auss defensive Bole Bole Fast juna I Bole bist Amazing So ovan Blood ja die granate kommt gleich keine angst der benzin kanister wäre natürlich auch sehr lustig können wir in der nächsten runde mehr machen kaputt ja weiß nicht wie weit ich komme mit der granate ich glaube das sieht ganz gut aus ja jetzt nicht so der wünschte erfolg was ist da los da brennt ein reifen ich bin mal ganz kurz auf der anderen straßenseite und in der zwischenzeit kann ich auch meinen bester anrufen oder auch nicht ok dann werden wir das jetzt mal anders machen wenigstens über die sterne los sehr schön nee der kann mir nicht mehr helfen so das macht echt spaß nicht über die brücke er übernimmt ich möchte auf die autobahn rauf bitte das war da vorne konnte man ich will doch nur noch hoch wieder ich will mal ein auto ach da steht ja auch mein auto ach schade so ach ach Wir werden sehen. Das sieht gut aus. Wir gehen mal wieder hinten hin. Das war lustig da. Oh, oh, oh. Halt. Halt, halt, halt. Stehen geblieben. Halt. Zollkontrolle. Was haben Sie für Ware bei? Gar keiner. Oh, scheiße. Zweigelaufen. Oh, noch besser. Nee, nee, nee. Danke. Was haben Sie für Ware bei? Beschlagnahmt. Auch ein Holzblasch da wäre auch noch gewesen. Ah, der verfolgt mich jetzt mal. Ich muss mal kurz ausstrengen. Wo ist er? Oh. Erstmal Elbow. Dann noch ein Kick. Jo. Das war's. Ah, ich hab keinen LKW-Führerschein. Fällt mir ein. Ich hab keine Ahnung. So. Ah. Na toll. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Bleib da halt so stehen. So. Ah, da kommt ja nichts. Der will auch was auf die Nuss. Ich hab schon gerne einen Stern, ey. Das gibt's doch nicht. Ich mach doch gar nichts Schlimmes. Ach, Mann. Muss ich doch machen. Alter. Ich denke, das ist nicht ein soziales Telefon. Okay, okay. Ich werde dich aus der Probleme bringen. Kein Problem. Ach, haben die alle keine Augen im Kopf, ey. Oh. Was ist da passiert? Ja, 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 fahrt mal weiter. Ja, tolle Wurst, ey. Wo ist denn der hier? Da. Na, toll. Zwei Sterne. Ja. Ja. Ach, Mann. Nervt's gerade hier. Hallo. Hä? Ja. Kopfschuss, beide Beine weg. Ähm... Ich geh mal Kino. Das ist ne gute Idee. Wie spät haben wir's denn jetzt? 17 Uhr? Perfekt. Perfekt nur um ins Kino zu gehen. Ja. Ah, mein Auto hat ja auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja. So, auf geht's. So, auf geht's. Ab geht die Wälderfahrt. Prifekt. Oh. Ah, äh. Alter. Ach, wir sind eh da. Wir müssen mal die Stadt anrufen. Die Laterne ist nicht in Ordnung. Oh, guck mal, was hier los ist. Ich hätte gerne deine Waffe. Schau mal, was wir hier so finden. 20 Dollar. Na gut. Oh, oh. Wo steht der? Was macht der hier? Oh, das ist der Punkt weg. Ah, da parkt mein Auto. Aber ich mach mal etwas anderes. Ich hoffe, der kann hier landen. Ja, ich glaube schon. Ja, ist doch gut hin. Danke. Sehr nett. Machst du mal die Tür zu? Danke. 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 Sehr nett. Oh, nein. Oh, nein. Da. Hier war doch immer. mal sehen ob die immer noch da sind und runter mit dir natürlich nicht weiche landung hier stand doch eigentlich immer fahrräder na gut diesmal nicht ich darf hier nicht hoch verdammt ich gehe trotzdem nicht runterfallen hier okay vielleicht schon habe ich noch da hinten der höher gewesen ein herrlicher blick mal sehen wie weit wir mit dem fall schon kommen ob oder ob wir den überhaupt benutzen können ja passt hallo zieh doch mal nach oben jetzt her also in die stadt würde ich schon gerne damit kommen was denn? Selfie hättest du machen können? ja später von da habe ich glaube ich sogar schon welche muss ich mal im OXA Social Club gucken ich glaube da habe ich schon mal ein Selfie gemacht ich glaube sogar mit Trevor noch bin mir aber gerade nicht sicher ähm ich wollte endlich in die stadt oh da ist ein Casino das kenne ich auch noch nicht Junge komm doch mal hoch jetzt hier hallo nein schaffe ich das noch darüber die Like-Planke nein schaffe ich nicht verdammt ja war jetzt sehr spannend anscheinend verdammt ich bin ein guter Bergsteiger wird schon klappen ich kann jetzt schon nicht mehr was ist mir zu anstrengend eigentlich jetzt da wieder hoch zu rennen kommt man da nicht auch mit dem Auto hin ja dürfte sogar nicht so weit sein müsste hier ungefähr sein was ist das denn eigentlich hier hier steht ein Wachmann ach da kann ich auch laufen hier kommt ja eh kein Auto möchtest du alles ich bin nämlich wurde das ist ja wirklich noch ziemlich weit, oder? Ja, Gelände waren genau richtig. Oh, dann fahren wir nochmal hoch. Das war ein Amphitheater. Ja, ja. Habe ich schon mal da gesehen, glaube ich, aber... Ah, der Weg ist genug richtig hier. Und hier, Bunker. Zack. Da wir ja jetzt den Fall schon verbraucht haben, muss ich ja doch jetzt den hier nehmen. So, jetzt kommt auch das Safey. Falls ich da noch keins hatte. Danke. Oh, das sieht schon geil aus, ne? Licht soll er stoppen. Ach, hey. Warte. So rum. Wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. Ja, sehr schön. Na toll. Weiter links geht nicht. Jetzt auch. Ja. Ja. Manchmal verarscht er mich. Hast du Lipgloss drauf? Nein. Nein. Natürlich nicht, ey. Sag mal. Was glaubst du denn? Er hat aufgeschrieben, du hast feuchte Lippen. Sag doch das Lipgloss drauf, ey. Na mit Sicherheit nicht. Na mit Sicherheit nicht. Dazu sage ich jetzt mal nicht viel weiter. So, was ist hier mit Rahmen? Na ja. Das sieht ganz gut aus. Find ich nicht lustig. Ich ja. Glücklos. So. Zack. So, safe ihn gemacht. Mission erfüllt. … Mhm. Oh, 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 der nächste Baum ist meiner. Genau, Mission Complete. Ich würde gerne noch mal was anderes ausprobieren. Also nicht wundern, das ist jetzt geplant, was ich hier vorhabe. Ach, okay. Wohl auch nicht. Ich dachte, es ist eine Brücke. Oder ein Tunnel, wie es er sagt. Wird meine Augen hier schon wieder sehen. Kann man sich hier hinsetzen? Hm, nö. Stopp. Oh, Jesus. Oh, Jesus. So retarded. Untertitelung des ZDF für funk, 2017